Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist es soweit. Heute beginnt der Umzugsvlog bzw. Renovierungswohnungs-irgendwas-Vlog. Keine Ahnung. Ich habe vergessen, euch am 31. bei Schlüsselübergabe mitzunehmen. Halb so wild. Also heute ist übrigens Donnerstag. Morgen bin ich wieder in der Wohnung und da mache ich die Roomtour. Also ist noch nicht so viel passiert. Fußgleichen sind ab. Ein Teil der Küche ist ab. Mehr ist noch nicht passiert. Jetzt wollte ich anfangen zu vloggen. Es ist heute was angekommen und zwar habe ich zwei Sachen für meine Katze bestellt. Ich kenne mich nicht mit Katzen aus. Ich weiß nicht, ob man das für Katzen auch braucht. Ich habe auch noch nie einen weiblichen Hund gehabt. Aber ich kenne das von meiner Freundin bzw. auch damals Nachbarin, dass sie für ihren Hund so eine Windelunterhose hatten. Und sowas habe ich auch für meine Katze gekauft. So eine kleine Unterhose. Ich weiß ja nicht, ob sie ihre Tage kriegt. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ja, dann hat sie eins mit einer Erdbeere drauf. Voll süß. Erdbeerwoche so, ne? Geil. Und dann habe ich zu Weihnachten einen Weihnachtsanzug gekauft. Also jetzt nicht, irgendwie brauche ich jetzt keine Kommentare von wegen Katzen zieht man sowas nicht an. Erstens, meine Katze ist eine Nacktkatze. Und zweitens, ähm, habe ich nicht vor, dass sie ständig mit etwas rumläuft. Ich will sie nur von Anfang an dran gewöhnen, weil es vielleicht mal einmal zu Weihnachten sie so ein kleines Ding anziehen soll. Ähm, wenn sie das zulässt, wenn es überhaupt gar nicht geht und sie das absolut gar nicht mag, dann lassen wir das. Aber gut, das war jetzt gar nicht teuer, ne? Von daher zwei Euro oder so. Deswegen habe ich das mal geholt. Und oh mein Gott, wie süß wäre das denn, wenn sie das anzieht an Weihnachten. An Weihnachten möchte ich gerne bei mir feiern mit der Familie. Und wenn noch Frittete das trägt, wie süß wäre das denn, bitte? Das wäre mega geil. Naja, dann war ich gerade noch einkaufen. Ich mache mal einen kurzen Food Haul. Ich habe einmal, also nur ganz ein bisschen was gekauft. Salat, Eifbergsalat, dann Paprika, Sekunde, eine Gurke, einmal Pfefferschwarz gemahlen für meine Wohnung schon und noch zwei weitere Gewürze und zwar einmal Knoblauchgranuliert und ein Pommesgewürzsalz. Die Gewürze habe ich mir jetzt noch gekauft. Naja, es kommt natürlich noch viel mehr dazu, aber ich habe auch ein bisschen von hier schon zum Mitnehmen, aber das habe ich mir jetzt gekauft. Und hier was für einen Salat. Ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt einen Salat mache oder beim Chinesen bestelle. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich entscheide das gleich spontan. Hallo ihr Lieben, ihr seht, ich bin auf der Bauchstelle in meiner Wohnung. Ich wollte euch die heute zeigen. Ich habe heute die erste Nacht da gepennt. Ich habe ihn gerade aufgestellt und habe mir einfach so einen hässlichen Notiz gemacht. Habe hier heute halt gepennt. Ihr werdet das gleich sehen. Ich gehe mal kurz vor die Tür und zeige euch das, wie es hier aussieht. Also, hier bin ich draußen, logischerweise. Das hier ist alles meine Terrasse. Hier liegt noch die alte Küche. Die Terrasse kann ich noch weitermachen. Da hinten der Busch einschließlich gehört mir immer noch. Und das hier ist ein richtig schöner Kirschbaum. Also eine Zierkirsche, die blüht halt dann schön rosa, was richtig schön ist. Und ja, das hier, da ist mein Eingang, sag ich mal. Die anderen Nachbarn, die haben dort hinten ihren eigenen Eingang. Also haben alle zusammen einen Eingang und ich habe hier einen Eingang alleine, was richtig geil ist. Und ja, so sieht das aus. Da ist jetzt noch eine heftige Tür drin. Da kommt bald eine neue, ist schon alles bestellt, ist schon in Produktion. Also hier kommt schön eine neue Tür rein. Und das ist der Nachbarn. Hier ist dann der Flur. Hier steht jetzt auch noch alles voll mit Küchenteilen. Da ist so eine hässliche Garderobe. Die müssen wir heute auch noch abmachen. Und ja, das ist mein Flur hier. So, und dann geht es hier. Hier kommt dann bald, also ich arbeite ja in einer Türmenfirma. Und da kriege ich neue Türen noch. Da kommt eine weiße Tür mit Glasausschnitt rein. Ja, dann geht man hier ins Wohn- und Esszimmer. Steht natürlich gerade alles voll. Das ist wie gesagt gerade genau Baustelle. Ich habe die Wohnung jetzt seit drei Tagen. Und ich mache ja alles neu. Und hier seht ihr das. Wie gesagt, hier kommt dann später mein Esstisch hin. Dort hinten kommt mein Sofa hin. Hier ein JV-Lowboard mit Fernseher. Und ja, warte, da kommen wir aber gleich noch hin. Hier, wenn man sich hier dreht, ist die Küche. Wo ich jetzt die Küche, also mein Opa hat die Küche hier rausgerissen. Da war vorher eine. Da kommt auch wieder eine hin. Heute, weil hier oben ist nur da oben eine Lampe und da. Und das ist halt richtig scheiße. Da macht Opa jetzt mir die Decke so ein bisschen tiefer, sag ich mal. Da kommen so, wie nennt man das? Paneelen. Vertäfelung, Vertäfelung dran. Und dann kommen da drüber dann, also da rein dann so Lampengesetze. Dann ist das hier komplett hell, was richtig schön ist, weil es hier auch kein Fenster hat und so. Ja, da kommt dann meine Küche so hin. Hier habe ich geplant, dass hier noch ein Schreibtisch hinkommt. So, dann gehen wir mal kurz weiter. Ich zeige euch jetzt erstmal genau das Wohnzimmer. So viel gibt es ja nicht zu zeigen, aber... Oh, ich habe noch Fenster auf, mache ich gerne mit zu. Ja, das ist, finde ich, das Schönste an dieser ganzen Wohnung. Dieses Fenster über Eck hier in der Ecke. Und ja, ich wohne halt so richtig geil ländlich, wie ich es liebe. Hier, ich kann so richtig schön in den Wald gucken. Habe im Grunde kaum andere Nachbarhäuser hier. So eins da noch neben mir, also da sind noch zwei so in der Richtung. Ja. Und wie gesagt, richtig, richtig schön finde ich das. Also ich liebe es. Sonst hätte ich mir auch die Wohnung nicht gekauft. Und jetzt gehen wir mal kurz ins Schlafzimmer. Das ist hier. Und wie ihr seht, ich habe meine Matratze schon hier, weil ich konnte es nicht abwarten. Ich wollte hier pennen. Und jetzt, nach dem Pennen, habe ich da jetzt halt so eine Malerfolie, sage ich mal, Malerplanung oder keine Ahnung, wie man es nennt, drüber gelegt. Damit, wenn hier nochmal gesägt wird oder irgendwas, weil Opa hat hier auch schon noch ein bisschen mehr Steckdosen hingemacht, wie man sieht, dass das nicht dreckig wird. Habe ich direkt jetzt drüber gemacht. Ja. Die wichtigste Musikanlage ist auch da. Genau, hier habe ich auch nochmal so einen Ausblick auf den Wald, was richtig schön ist. Ich habe übrigens überall Fußbodenheizung. Also der Fußboden ist immer mollig warm, was richtig schön ist. Ja. Und dann kommen wir zu dem Bereich, der jetzt nicht schön ist. Der wird erstmal nicht so besonders gemacht. Das hier ist nämlich als erstes jetzt, sage ich mal, die Abstellkammer. Hier so. Da kommt zum Beispiel da unten wahrscheinlich das Katzenklo hin und so. Ja. Und hier kommt man dann ins kleine Bad, was jetzt so ein bisschen nicht so schön ist. Ja, eine eklige alte Dusche. Die Toilette ist auch total widerlich, aber hier da hinten, die Kartons, das ist schon eine neue Toilette. Weil Mama meinte, ja komm, kauf dir halt für 70 Euro eben eine neue Toilette. Habe ich jetzt auch gemacht, weil ich finde es irgendwie ein bisschen eklig. Ja. Und das ist mein Badezimmer, beziehungsweise das war jetzt meine Wohnung. Zu dem Badezimmer wollte ich noch sagen, das mache ich wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren. Wenn ich das komplett machen, dass ich hier diese Wand auch noch rausnehme, dass ich keinen Abstellraum mehr habe. Dass das ein großes Badezimmer wird. Weil ihr kennt mich ja wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen besser. Ich brauche definitiv eine Badewanne. Und es wird mir so schwer fallen, dass hier erstmal keine ist. Aber gut. Und in ein oder zwei Jahren mache ich dann das Badezimmer, weil da ist mein Bausparvertrag dann fertig. Dann habe ich 10.000 Euro und kann hier das machen und draußen die Terrasse machen. Aber das ist nun mal erstmal hinten angestellt, weil, ja, wie gesagt, ich habe mir die Wohnung jetzt gekauft. Muss dafür auch jeden Monat 300 Euro abzahlen bei der Bank. Was nicht viel ist. Also ich meine, zur Miete wohnen kann man auch eigentlich nicht viel günstiger. Und ich zahle freiwillig 300 Euro ab. Ich müsste noch nicht mehr 300 Euro zahlen. Ich glaube, muss waren 250 Euro. Ich habe gesagt, komm, ich zahle 300. Das ist kein Ding. Kriege ich hin. Ja, deswegen. Und natürlich kostet das auch alles. Ihr seht, was hier alles schon rumliegt und so. Alles diese kleinen Scheiß auch. Ich muss heute noch Steckdosen kaufen und so. Da will ich auch keine weißen Steckdosen, weil ich die hässlich finde. Ich möchte so Silber-Antrazit-Farben-Steckdosen und Schalter und alles. Und das ist halt auch nochmal teurer. Wie das halt eben so ist. Aber ich möchte es halt hier wirklich richtig schön drin haben. Und deswegen, wie gesagt, nur das Badezimmer bleibt hinten an. Und dann hier unten meine Terrasse. Die mache ich dann auch wann anders. Aber das ist schon mal schön. Unten habe ich übrigens noch einen Keller. Also der ist direkt, wenn man hier bei mir weitergeht. Das ist auch der einzige Grund, warum hier vielleicht mal Leute vorbeikommen könnten. Weil die in den Keller wollen. Weil, wie gesagt, in diesem Haus leben halt noch andere. Ich glaube insgesamt sieben. Wobei, ne, eine Wohnung steht leer. Und eine Familie sind Holländer. Und die haben das halt als Ferienhaus. Deswegen, die sind momentan auch nicht da. Und meine Nachbarn sind so nett. Wirklich, ich habe die schon kennengelernt. Die sind so unglaublich nett. Die eine hat auch einen Hund und Katzen. Und ich habe ihr dann von meiner Katze erzählt, dass ich eine Sphinx-Katze mir hole. Die hat auch mega Ahnung von Katzen. Da habe ich nämlich gesagt, ja, ich hole mir auch eine Katze. Vielleicht kannst du mir mal helfen, wenn ich frage. Und sie so, ja, was holt sie denn? Und dann dachte ich so, wenn ich sage, eine Sphinx-Katze, dass sie dann wie alle erst so ein bisschen angewidert. Und wie kannst du das machen? Aber sie so, oh, Sphinx-Katze, wie geil. Ich habe noch nie eine in echt gesehen, aber ich liebe diese Katzen. Die sind so toll und ja, passt ganz gut. Ich habe mich mit ihr, das habe ich mal schon direkt gut verstanden. Die haben schon gesagt, wenn ich die Katze ab muss, kommt sie auf jeden Fall vorbei. Und ja, ich habe jetzt hier seit gestern, Gott sei Dank, Telefonanschluss funktioniert jetzt. Also mein Telefon mal klappt endlich. Und Internet, Gott sei Dank. Und ich habe hier das beste Internet, was irgendwie geht, obwohl ich mitten auf dem Land wurde, wirklich mitten auf dem Land. Hier in dieser Straße sind drei oder vier Häuser nur. Und dann ist erst mal ganz lange gar nichts und nur Wiesen und Pferde und Kühe. Und ja, ich habe hier trotzdem das beste Internet, weil ich habe das Internet aus der Steckdose. Ich kenne mich da ja auch nicht so genau aus. Auf jeden Fall richtig, richtig gut von Vodafone. Und ja, ich habe mir davon auch noch das Beste, wie gesagt, geholt und soll jetzt richtig gut schnell Videos hochladen können. Ich denke mal, es wird von zwei Stunden vielleicht auf eine Viertelstunde runtergehen. Das wäre natürlich super. Ich habe es noch nicht getestet. Wenn jetzt auch nicht so viele Videos kommen, dann wundert euch nicht. Vielleicht noch nicht so viele normale Videos. Wenn dann wahrscheinlich erst mal nur diese Vlogs, weil ich habe halt jetzt auch natürlich viel zu tun hier, wie man sieht. Muss alles gemacht werden, muss im Dezember fertig sein, weil ich im Dezember meine Katze hole. Und dann darf hier nicht mehr rumgerödelt werden. Das ist für die Katze, die muss sich ja selbst eingewöhnen. Und dann kann ich hier nicht nur rumbauen. Da muss es fertig sein, wirklich. Also die Küche wird dann noch nicht da sein. Aber gut, das ist auch was anderes. Dann kann ich die Katze mal eben, wenn die Küche kurz aufgebaut wird, kurz ins Schlafzimmer oder was weiß ich. Das ist kein Problem. Aber es sollte hier grob eigentlich alles fertig sein. Nur noch vielleicht so kleine Arbeiten gemacht werden. Und ja, das habe ich jetzt abgefilmt. Und jetzt gleich kommt schon meine Mama. Die bringt mir schon ein bisschen was zu essen und so mit. Dann kommt mein Opa, mein Bruder und seine Freundin. Und dann wird hier weitergemacht. Und dann heute Abend kommen Jana, Ann-Christin und Juliane. Hatte ich ja schon mal im letzten Vlog erzählt. Und dann werde ich mit denen noch weitermachen. Auch es wird noch sehr anstrengend. Aber gut, es muss ja fertig werden. Montag habe ich übrigens auch Urlaub. Dann kann ich hier auch noch was machen. Mama hat auch Urlaub. Ich hoffe, Opa schafft es, meine Toilette schnell dran zu machen. Dann habe ich diese eklige nicht mehr. Und hier habe ich mir Lampen bestellt. Kann ich euch vielleicht mal kurz zeigen. Die sind alle so in dem Schema. Gott, jetzt fällt es mir gleich runter. So, also so schwarz mit dann Kupfer. So sehen die alle aus. Bloß in verschiedenen Varianten, sage ich mal. Ich habe da insgesamt jetzt, also es sind drei Varianten verschiedene. Und ich glaube, von diesen habe ich zwei. Und von so größeren noch zwei. Und eine ganz kleine habe ich nur eine. Ja. Das einmal so. Und jetzt werde ich, äh, weiß ich noch gar nicht. Ich muss noch an meine Zahnbürste warten, weil ich habe meine Zahnbürste vergessen. Weil ich gestern so spontan, also wir waren ja eigentlich so voll am Räumen, mussten uns beeilen, weil mein Mieter hier nochmal rein wollte und was gucken musste. Und dann war es halt mega, wir mussten uns so beeilen. Und dann habe ich natürlich meine Zahnbürste vergessen. Mama holt jetzt eine Zahnbürste, kauft mir nochmal Zahnpasta, weil ich meine Zahnpasta, die ich mir schon gekauft habe, in eine Kiste gepackt habe. Und ich weiß nicht, in welche Kiste. Obwohl ich, also doch, ich glaube, ich weiß nicht, in welche Kiste. Aber die ist voll mit Zeugs und ich weiß nicht, ob ich es so schnell finde. Deswegen besorgt machen wir noch neue Zahnpasta jetzt. Und ja, hoffe, dass die bald kommt. Ansonsten werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Videos währenddessen gucken, wo ich jetzt vielleicht noch Haare kurz kämme oder so. Und so, ja, dann kommen auch schon die anderen. Und ich werde euch jetzt immer auf dem Laufenden halten, wenn sich was verändert hat. Vielleicht dann nochmal morgen filmen. Da wird wahrscheinlich auch schon eventuell da oben dann die Decke fertig sein. Ich weiß nicht, wie schnell die heute sind. Aber das wäre cool. Und die Tapeten werden auf jeden Fall hoffentlich morgen runter sein. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dann auch in den Kommentaren sagt. Ob ihr was sagt. Und wie ihr die Wohnung findet. Also für eine Person, jetzt so für mich, ist die ja super ausreichend. Das sind 57 Quadratmeter. Und das ist 1a. Ich habe dafür jetzt 50.000 Euro bezahlt. Kann man nichts sagen, ne? Kann man nichts sagen. Und ich persönlich finde diese Gegend hier so schön. Ist so ländlich. Und es ist trotzdem aber alles irgendwo in der Nähe. Wer vielleicht, also ich wohne ja in Bad Iburg. Wer sich da auskennt, ich wohne ziemlich nah am Charlottensee. Und der Charlottensee ist super, super, super schön. Und da ist dann halt auch im Grunde die Stadt. Da ist ein Edeka, wo ich ja eh am liebsten einkaufe. Weil es da am meisten vegane Sachen gibt. Dann die Post ist da. Die Sparkasse ist da. Die Tankstelle ist da. Ist super. Und zur Arbeit habe ich es jetzt noch 7 Kilometer statt 25. Besser könnte es nicht sein. Und ja. Jetzt labere ich nicht weiter voll. Ich mache mich jetzt weiter fertig. So, hallo ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hier gut hört. Ich bin gerade essen. Da, wo ich mit Juliane und so schon öfters war. Irgendwie reden die hinter mir übelst laut. Und ich kriege jetzt hier gleich Sushi. Wir waren jetzt eben ein bisschen am rumwerken. Ich weiß jetzt schon, welche Küche es gibt. Was auch richtig cool ist. Und ja, jetzt geht es ja noch in Hornbach. Und da werden wir noch dunkle Steckdosen und sowas alles besorgen. Wie kann man so laut reden? Wie raste aus? Äh, ja. Komisch. Äh, wollt ihr noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich wollte einfach mal kurz ein Zwischenupdate. Ihr werdet gleich noch mal ein schönes Sushi eingeschnitten sehen. Ich bin im sogenannten Himmel. Sushi, endlich wieder. So, ihr habt gerade gesehen. Ich war bei Hornbach. Ich habe im Grunde, gut, ich habe vier Tapeten gekauft. Vier glatte Tapeten für 100 Euro. So rollen, ne? Und ansonsten habe ich im Grunde nur Steckdosen gekauft. Schalter. Ich wollte nicht diese weißen, weil ich finde, die sehen so billig aus. Die so jeder eigentlich hat. Und ich habe jetzt so, die sind so silber, recht dunkel, ins Graugehende. Ich kann immer noch nicht fassen, wie viel Geld ich gerade dafür gelassen habe. 300 Euro. Nur für diese fucking Schalter und Steckdosen. 300 Euro. Ich habe jetzt gerade genau 400,32 Euro dort gelassen. Hi, ihr Lieben. Ich habe den hier aufgeräumt. Deswegen habe ich gerade die Tür hier zu im Schlafzimmer, weil es ein bisschen staubig jetzt ist. Hier seht ihr, das mache ich gleich wahrscheinlich noch, dass das komplett bis oben hin. Da hinten ist noch ein ganz kleines Stück, was da fehlt. Ja, das muss ich morgen noch alles. Das haben wir ja geschafft. Und das ist zur Tür so. Mehr noch nicht. Und das ist noch nicht wirklich viel. Mein Opa hat da oben halt weitergemacht. Heute noch so Leisten angebracht. Ich mache morgen weiter und dann können wir da Lampen anbringen. Und die, wie nennt man es noch gleich, die Vertäfelung anbringen. Ja, dann habe ich hier ein bisschen Ordnung gemacht. Hier habe ich schon mal ein bisschen hier sauber gemacht. Nochmal das Waschbecken ein bisschen gesäubert. Den Spiegel mal sauber gemacht und alles ein bisschen geputzt. Ich muss hier nochmal wischen, aber das bringt es wahrscheinlich jetzt noch nicht, wenn ich hier noch ständig am Gange bin. Und ja, heute mein Schminktisch. Ich habe hier diesen Ikea-Schminktisch mit der Glasplatte drauf. Ist die Glasplatte heute kaputt gegangen? Ein bisschen ärgerlich, aber naja. Joa, jetzt bin ich gerade ein bisschen chillen. Videos gucken. Ich warte, dass mein Papa kommt. Der ist nämlich schon unterwegs. Der muss halt ein bisschen fahren, weil der fährt locker 50 Kilometer. Und ja, deswegen muss ich noch ein bisschen warten. Und habe gerade meine Tasche ein bisschen aufgeräumt. Mache gerade so ein bisschen Kleinscheiß noch. Sortiere hier ein bisschen. Hier will ich dann gleich auch nochmal. Da hatte ich nämlich gestern noch ein bisschen Tapete abgemacht. Aber nur ein ganz bisschen, wie man sieht. Und das hier gleich auch nochmal ein bisschen sauber machen. Ja, tut mein Rücken schon zu weh. Aber morgen habe ich noch Urlaub. Dann geht es weiter. Mega anstrengend. Ich muss morgen so früh aufstehen, weil ich den Bulli... Ich habe von der Firma hier den Bulli gekriegt. Den muss ich morgen wegbringen. So, Papa ruft an. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Es ist inzwischen Sonntagabend. Und... Ach nee, stimmt gar nicht. Oh, Montagabend. Ja, ich hatte ja heute Urlaub. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwehrt. Wir haben heute noch einiges an Tapeten runtergerissen. Wird noch ein, zwei Tage dauern, bis wir komplett fertig werden. Und in nächster Zeit werden keine... Also, richtigen Videos kommen, sage ich mal. Weil ich nicht weiß, wo ich drehen soll. Zu Hause geht es nicht mehr, dass ich da drehen kann. Hier geht es... Also, hier ist ja im Grunde mein Zuhause. Hier geht es natürlich auch noch nicht so gut, dass ich drehen kann. Ich habe meine Kamera auch noch nicht vor Ort. Ich habe jetzt nur die Vlogging-Kamera. Und die Look Fantastic Box ist mal wieder angekommen. Und ich dachte mir, bevor ich sie gar nicht zeige, zeige ich sie wenigstens in diesem Vlog. Dann mache ich... Zeige ich euch ganz kurz den Inhalt jetzt, damit ihr wenigstens etwas habt. Für die Leute, die das gerne gucken, dann könnt ihr das hier jetzt sehen. Ich habe hier einmal ganz normal wieder die L drin. Die ist immer auf Englisch, weil die Look Fantastic Box aus Großbritannien kennt. Und hier ist dann noch das Magazin dazu, wo alles drin steht, was da auch drin ist. Und dann fange ich mal an. Nehme mir mal hier eins raus. Und zwar das erste Produkt ist... Warum fällt mir gerade alles aus der Hand? Deep Sleep Pillow Spray von This Works. So sieht das aus. Das hatte ich schon mal in dem Look Fantastic Adventskalender letztes Jahr. Ich glaube, da war das dritten, wenn ich mich nicht täusche. Es ist halt einfach so ein Spray fürs Kissen, fürs Bett. Und das riecht wahrscheinlich... Ich glaube, das war auch nach Lavendel. Und ich finde das ganz schön. Ich sprühe gerne meine Bettwäsche so ein bisschen damit ein. Riecht das so ein bisschen frischer. Ist irgendwie ganz schön. Mag ich gern. Dann als nächstes ist hier drin von der Marke Murat. Kenn ich nicht. Essential Sea Cream Nourishing... Hier, da oben steht es auf Englisch. Day Moisture Cream. Mit einem Lichtschutzfaktor von 30. So sieht es aus. Ist so eine schön kleine Größe, was mir gut gefällt. Die werde ich als Reisegröße dann mitnehmen auf die Kreuzfahrt mit den Mädels nächstes Jahr. Dafür ist es eine gute Größe, weil sie auch ein bisschen Lichtschutzfaktor hat. Finde ich das ganz gut. Dann habe ich hier noch von Laboratoire Philorga Paris Time Filler. Das ist so ein Faltenauffüller, sage ich mal. Auch so ein kleines Produkt. Finde ich auch ganz nett. Kann man auch mal gut da haben, weil es auch nur eine kleine Größe ist, was ich sehr gut finde. Dann ein sehr schönes Produkt und zwar von Bella Pierre. Ein Kissproof Lip Cream. So sieht das aus in so einer schönen roten Farbe. Ich trage gerne rote Lippen, wisst ihr, glaube ich. Das ist übrigens die Farbe... Sekunde, ich muss mal genau gucken. Forties Red steht da drauf. Und von denen habe ich schon einen, so ein bisschen helleren, der ein bisschen orangestichig ist. Das finde ich ganz cool. Und die sind auch ganz gut. Deswegen freue ich mich darüber sehr. Und als letztes Produkt habe ich hier etwas von Tees Cosmetics. Das ist hier so eine Kugel, was nicht ganz praktisch ist zum Aufbewahren. Aber das ist ein ganz toller Lidschatten. Ich mache den mal auf. Ich muss mit anderer Hand kurz festhalten. Deswegen so sieht das aus. Das ist so ein richtig schönes Grün. Hat so ein bisschen Glitzerpartikel. Und ich habe den schon mal geswatcht. Fantastische Farbabgabe. Fantastische Farbabgabe. Wirklich. Ich freue mich hier richtig, den zu benutzen. Das ist die Farbe Forest Luster. Und ja, das war die Box. Ich habe das jetzt mal eben schnell vorge... Im Schnelldurchlauf, sage ich mal, gemacht. Damit ihr das trotzdem noch sehen könnt für die Leute, die es wirklich interessiert. Und ja, ich werde jetzt meine Haare gleich nochmal richtig füllen. Die sind noch nicht ganz trocken. Ihr seht, so sieht es dann aus, wenn ich sie Luft trocknen lasse. Dann habe ich hier halt so Löckchen. Ja, ich füllen die jetzt gleich. Und dann glätte ich sie natürlich wieder. Ja, ansonsten gucke ich noch ein paar Videos. Ich muss noch ein paar Sachen wegräumen. Meine Sachen für ihre Arbeit morgen rausräumen. Weil morgen muss ich wieder arbeiten. Leider Gottes. Ich habe eigentlich keine Lust. Ich würde lieber hier weiter in der Wohnung arbeiten. Aber geht nicht. Und dann geht es morgen noch danach. Aber zum Sport. Das heißt, morgen komme ich hier auch nicht weiter. Erst Mittwoch dann wohl wieder. Aber ich will unbedingt wieder zum Sport. Ich war die ganze letzte Woche nicht. Auch wegen der Wohnung kalt. Hat das halt nicht so ganz funktioniert. Und deswegen freue ich mich, dass ich dann jetzt endlich wieder zum Sport kann. Ich vermisse es schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Ich werde jetzt erstmal meine Sachen wegräumen. Hallo ihr Lieben. Hi. Hier ist Juliane. Ich bin nämlich gerade bei Juliane und Ann-Kristin. Bei Juliane hatte Stopp heute ist Samstag. Dann hatte sie gestern Geburtstag. Und ist schon alt geworden. Sehr alt. Alt. Ja, genau. Und ja, ich habe lange nicht gefilmt. Heute ist übrigens Samstag. Ich habe gesagt, gestern Freitag. Ja, logisch. Ich habe nämlich nicht so viel Neuigkeiten in der Wohnung gehabt. Weil es ist immer noch beim Alten. Die Tapeten müssen abgerissen werden. Anstrengend. Keine Ahnung. Aber jetzt bin ich heute bei Juliane. Mal ein bisschen Ablenkung. Auch gut. Ansonsten habe ich auch gerade noch nichts zu erzählen. Hallo ihr Lieben. Auf dem Sonntag. Ich habe gestern nicht mehr gefehlt. Wir hatten nur so ein bisschen Mädelsabend bei Juliane Geburtstag hatte. Habe ich ja erzählt. Und bin dann doch nicht da geblieben. Heute ist der Penn. Habe ich dann doch nicht gemacht. Bin noch nach Hause gefahren. Wir hatten übrigens noch Sushi bestellt. Sehr geil, dass man das in Bielefeld machen kann. Hier geht das nicht. Doch, könnte ich schon. Aber es ist 60 Euro Anfahrtskosten. Also muss man mindestens bestellen. Das ist ein bisschen viel für eine Person. Ihr seht, ich bin gerade in meiner Wohnung. Ich bin ja wie gesagt schon immer hier. Ihr seht da hinten noch ein bisschen Tapete. Schlafzimmer muss noch Tapete ab. Flo muss noch Tapete ab. Es ist noch einiges zu tun. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe eben gerade Sims gekauft. Und zwar das Neue. Es gibt jetzt Hunden und Katzen. Und das habe ich mir gekauft. Weil man kann auch eine Sphinx-Katze erstellen. Da habe ich meine Nofretete schon mal erstellt. Und ja, das habe ich gerade nur so ein bisschen angespielt. Weil ich fahre jetzt nach Melle wieder. Und ja, zu meinem Opa, zu meiner Mama. Weil wir wollen zusammen nochmal. Ich hatte mir eigentlich schon eine Küche im Grunde ausgesucht. Aber ich fahre jetzt nochmal woanders hin. Heute Küchen gucken. Heute ist ja so ein Schautag. Also die Läden an sich haben ja nicht offen. Aber man kann die sich angucken. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich hoffe, mein Opa hat noch was zu essen für mich. Weil ich habe hier in der Wohnung eigentlich nur noch da hinten liegen Bananen auf der Kiste. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe schon alles aufgegessen, was ich hier hatte. Ja. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Weg. Vielen Dank.